Wir sind hier in Köln. Off-Day, dritter Tourtag. Wir stehen hier vom Music Store, weil gestern meine Gitarre wohl kaputt war. Ich nur eine Gitarre besitze und jetzt gehen wir eine neue Gitarre kaufen. Die alte Gitarre lassen wir natürlich kaputtieren. Die wird nicht zerschlagen. Die Gitarre von Köln Die Gitarre von Köln So, also diesmal bin ich in Köln, es ist scheiß heiß und mir wurde nur gesagt, komm um 15 Uhr hier auf diesem Campingplatz, keine Ahnung, vielleicht eine Runde Rezeption machen oder sowas, vielleicht passiert das diesmal, oder vielleicht, da gibt es ja auch Nachbarschaftsstreitereien, ich bin sehr gespannt, was hier auf mich zukommt. Hallo, du wartest dich, genau, du bist der Stefan, du wirst bei uns heute die drei Tage verbringen, oder? Nein, ich bin nicht! Bih, 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 B Bye, 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 bye Bye, bye, bye